Wenn Sie in die Videografie einsteigen möchten oder begonnen haben, herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist ideal. Video erobert die Welt und ich gebe Ihnen fünf Tipps, die ich mir gewünscht hätte, als ich anfing. Sie hätten mir viel Zeit und Geld gespart. Mein erster Tipp an Dich ist, dass Du in den ersten ein oder zwei Jahren lernst, wie Du Deine Kamera bedienst, wie Du Deine Aufnahmen komponierst und all die anderen Dinge, die Du lernen musst. Als Anfänger sollten alle Aufnahmen auf einem Stativ fixiert sein, um Kamerabewegungen zu vermeiden. Es ist verlockend, immer fancy Handbewegungen wie Schieben, Ziehen, Neigen und Schwenken zu verwenden. Am Anfang Fahrradfahren, bevor man Gehen gelernt hat, nehmen wir Matt de Vela als Beispiel. Er ist einer der erfolgreichsten YouTuber und macht seit über zehn Jahren Filme. Praktisch 99% seiner Aufnahmen haben keine Kamerabewegung. Das erleichtert ihm, jeden Schuss absichtlich und geschichtsdienlich zu machen, da er nicht mehrere Versuche für die Kamerabewegung benötigt. Nach dem Kamerakauf wäre ein gutes Stativ eine meiner ersten Prioritäten. Mein Tipp ist, die goldene Regel zu befolgen. Früh am Morgen aufstehen und mit dem Film beginnen, wenn die Sonne aufgeht. Du könntest abends rausgehen, da die Sonne untergeht. Bei harten Fristen vielleicht beides tun. Goldene Stunde, superweiches Licht, das jede Aufnahme vorteilhaft aussehen lässt. Belohnung für Fotografen. Tagsüber ist das Licht hart und schwierig zu handhaben beim Fotografieren. Die Sonnenposition während der goldenen Stunde ermöglicht Gegenlichtaufnahmen mit Tiefe und Dimension. Ich würde herausfinden, wann die Sonne untergeht und zweieinhalb Stunden vorher ankommen, da sie bereits ihren Weg nach unten nimmt. Holen Sie sich alle benötigten Aufnahmen und planen Sie Helden oder klimatische Aufnahmen vor Sonnenuntergang. Wenn sich setzt, haben Sie Zeit in der blauen Stunde zum Filmen. Natürlicher Verlauf der Zeit für Abschlussszenen. ND-Filter mitbringen, um Highlights ohne Überbelichtung zu fotografieren. Link in Beschreibung zu empfohlenen ND-Filtern. Mein dritter Tipp, vermeide Benzin um jeden Preis. Gear Acquisition Syndrome ist eine Bedingung, die viele von uns unwissentlich haben. Wenn Sie mit den Ergebnissen unzufrieden sind und denken, dass Sie die Kamera oder das Objektiv wechseln müssen, um Ihre Probleme zu lösen, ist das nicht der Fall. Glauben Sie mir. Erfahrene Personen erzielen mit einfacher Ausrüstung gute Ergebnisse, Ungeübte mit teurer Ausrüstung nicht. Kenntnis und Übung sind der Unterschied zwischen beeindruckenden und inhaltslosen Bildern, unabhängig von der Kamera. Nachdem Sie Kamera und Stativ haben, sollten Sie eine gute Schlüsselbeleuchtung, eine Softbox und ein gutes Richtmikrofon besorgen. Diese verbessern die Videoqualität mehr als teure Kameraausrüstung. Ich habe Videos über das Schlüssellicht und das Mikrofon gemacht. Einen Link zu diesen Videos hinterlasse ich unten in der Beschreibung. Den vierten Tipp nicht übersehen. Ohne Liste verpassen Sie Aufnahmen. Nehmen Sie Stift und Notizblock und notieren Sie die Geschichte oder Ihre Ideen. Dann danach eine Aufnahmeliste erstellen. Eine Aufnahmeliste zu erstellen, optimiert Ihren Arbeitsablauf und verhindert, dass Ihnen nach einem langen Drehtag wichtige Aufnahmen fehlen. Dies erspart Ihnen eine zweite Reise. Am Ort des Geschehens gibt es viele unerwartete Dinge, die Sie aufnehmen sollten, aber erst nachdem Sie Ihre Aufnahmeliste erledigt haben. Nutzen Sie die Gelegenheit, so viel wie möglich davon aufzunehmen. Auf diese Weise haben Sie, wenn Sie wieder vor Ihrem Computer sitzen, alles, was Sie brauchen, sowie einige Boni. Mein letzter Tipp ist, dass du jeden Schuss verdoppelst. Lass mich erklären. Stellen Sie sicher, dass Sie drei Versionen jeder Aufnahme erhalten. Nehmen Sie eine Weitwinkelaufnahme, auch als Einstellungsaufnahme bezeichnet, eine Hauptaufnahme und eine Nahaufnahme mit vielen Details von allem. Das macht eine einfache Sequenz interessanter und die Bearbeitung angenehmer, da mehrere Optionen pro Szene zur Verfügung stehen. Einfache Dinge wie diese unterscheiden gute visuelle Geschichten von mittelmäßig. Sie haben zwei Optionen. Erst bewegen Sie sich, um die benötigte Entfernung zum Motiv zu erreichen und drei Aufnahmen zu machen. Wenn Sie extra Geld haben, könnten Sie ein Weitwinkel und ein Teleobjektiv besorgen. Ich mag die Objektive von Tamron und Sigma. Mit einem Tamron 15-30, einem 24-70 und einem 70-200 sind sie für jede Brennweite abgedeckt. Und Tamron stellt diese Objektive für Canon und Sony her. Ich werde unten einen Link zu allen drei Objektiven und anderem Zubehör hinterlassen. Nachdem Sie alle Tipps aus dem Video genutzt haben, empfehle ich Ihnen dringend, das nächste Video anzuschauen. Dort zeige ich Ihnen fünf Kameratricks, um Ihre Handaufnahmen zu verbessern. Damit bringen Sie Ihre Handkameraaufnahmen auf das nächste Level. Wenn diese Tipps helfen, abonnieren Sie den Kanal und teilen Sie das Video mit Freunden. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Fulan Kreativ. Ich bin draußen. Frieden.